Ich hatte gestern eine kleine Depression Episode und das einzige was mir manchmal hilft, ist Retail Therapy. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich gekauft habe. Der Hauptgrund, weshalb ich zu TK Maxx gehe, sind die Kerzen. Die Kerzen sind einfach different, da kriegst du so nice, fancy, schmancy Kerzen. Die ich halt jetzt leider den Deckel nicht mehr, fällt mir gerade auf, aber egal. Guck, da ist der Deckel drauf. Der Deckel, wer klaut denn einfach den Deckel? Verstehe ich nicht. Fresh Linen, so wie frische Bettwäsche und ich schwöre es euch Leute, die riecht auch genauso. Habe ich mir noch eine Kerze geholt und zwar Kokosnuss und Lavendel, meine zwei Lieblingsdüfte. Die werde ich auf jeden Fall ins Schlafzimmer stellen. Dann habe ich noch eine Kerze geholt, also ich liebe Kerzen über alles. Das hier ist eine Brûlée Kerze. Ich dachte mir erst so, ist mir zu krass, aber dann dachte ich mir so, ganz ehrlich. Als nächstes habe ich das hier geholt und zwar ist das einfach für so eine To-Do-Liste, die wir einfach immer brauchen. Holt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so ab, aber es ging mir da eher so darum, dass es praktisch ist. Dann, oh mein Gott, guckt euch das bitte an. Ich stelle mir einfach Ocean da in ein paar Jahren drin vor. Zum Kleinen. Nee, das kann ich nicht aushalten. Der ist zwar erst für zwei bis drei Jahre, aber wenn der so weiter wächst, passiert das sowieso bald. Dann habe ich noch eine Kerze. Oh, ich liebe Kerzen so sehr. Und die hier riecht nach Coconut Cream, Vanille und Orchid. Ich muss sagen, die riecht eigentlich am besten. Das war es auch schon. Dann einfach ein... Ja, ich wünsche dir auch nicht von meinem Erketten.